Wir wollen uns in diesem und dem nächsten Video mit Diagrammen beschäftigen, also wie man Excel nutzen kann, um diese Energiedaten, die wir hier verwenden, in unserem Kurs visualisieren kann. Direkt zu Beginn die Einschränkung, dass diese Web-Version von Excel hier innerhalb des Teams nicht sonderlich gut in der Lage ist, die Diagramme wirklich gut und auch benutzerfreundlich darzustellen oder umzusetzen. Daten zu verändern, anzupassen, das habe ich jetzt vorbereitet in meiner Excel-App oder dem Programm. Durch das ich jetzt aber keinen Windows-Rechner habe, will ich es jetzt nicht in dem Excel zeigen, weil das Excel, das was ich verwende, auf dem Mac anders aussieht als das Windows-Excel. Und dieses Web-Excel hier von Teams, das ist ja wirklich, was jeder und jede benutzen kann. Deswegen will ich das mal hier drin exemplarisch zeigen. Es geht auch primär darum, welche Arten von Diagrammen gibt es, worauf sollte man grundsätzlich achten. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, mit den Diagrammen mal ein bisschen zu spielen, zu arbeiten. Sehr gute, ordentliche Diagramme zu erzeugen, dauert immer seine Zeit. Die vorgeschlagenen Default-Diagramme in Excel sind ganz okay zum Angucken, aber für eine wissenschaftliche Publikation, für eine Abschlussarbeit, für eine Präsentation sind sie in der Regel nicht direkt geeignet. Da sollte man schon ein bisschen Herzblut reinstecken. Soviel zur Vorrede, fangen wir mal an. Wir haben hier wieder unsere Daten-Link, wie immer, in der Videobeschreibung zu der Datei. Auch hier mit den Diagrammen, da lege ich dann alles ab. Da kann man sich auch die Original-Diagramme nochmal in seinem nativen Excel einmal ansehen. Erster Schritt, ich denke, was relativ einfach ist, sind die sogenannten Balken-Diagramme. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier mal die Monatssummen der Photovoltaik- und Wind-Onshore-Produktion rausgezogen. Das heißt also, wie viel Strom haben pro Monat die Photovoltaik- und Windenergieanlagen produziert. Passen wir mal die Breite noch ein bisschen an. Grundsätzlich, wie funktioniert das mit dem Erzeugen von Diagrammen? Man markiert seine Daten, wählt dann über Einfügen. Gibt es jetzt hier schon eine ganze Reihe an vorgefertigten Diagrammen. Gucken wir uns die alle mal einmal ganz kurz an. Also wir haben diese Säulendiagramme nebeneinander und gestapelt. Wir haben die Liniendiagramme auch übereinander liegend oder gestapelt oder dann auch auf 100% normiert, mit oder ohne Punkt. Das ist quasi schon mal so eine Vordefinition. Wichtig, Säule, Linie und auch diese Balkendiagramme sind im Prinzip immer die gleiche Art an Diagrammen, nur in einer anderen Darstellung. Also auch dieses Liniendiagramm, das ist ganz wichtig, kommen wir gleich noch zu. Das ist kein klassisches XY-Diagramm oder ein Punktdiagramm, wie wir das hier unten sehen. Flächendiagramme sind wie Liniendiagramme nur ausgefüllt. Das heißt, dass die Flächen unter den Kurven ausgefüllt sind, überlagert oder übereinander gestapelt. Kreisdiagramme, das sind also dann Anteile, gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Das heißt, wenn ich Gesamtmengen habe, dann wird das prozentual aufgeteilt, mit und ohne Kreis in der Mitte. Ich persönlich mag diese Darstellung als Donut eigentlich immer ganz gerne. Vor allem in Präsentationen, auf Folien, da kann man nämlich in die Mitte nochmal Kennzahlen reinschreiben. Das ist bei einem ausgefüllten Kreis nicht möglich. Wir haben das Punktdiagramm. Das ist jetzt so ein klassisches XY-Diagramm, wenn man das aus der Mathematik kennt. Mit X-Werten, Y-Werten, mit Punkten oder mit Linien verbunden. Oder wie man das jetzt so kennt, wo die Punkte dann wirklich hart verbunden sind. Meistens möchte man eins dieser ersten drei Diagramme haben. Und dann haben wir noch weiterführende Diagramme, also Wasserfalldiagramme, Trichter, Histogramme. Diese Diagramme gucken wir uns im zweiten Teil, im zweiten Video an. Wir konzentrieren uns erstmal hier auf diese ersten einfachen Diagramme. Was haben wir jetzt hier gemacht? Ich habe das, wie gesagt, schon vorbereitet. Wir sehen jetzt hier oben das Diagramm. Das ist jetzt ein gestapeltes Säulendiagramm. In hellgrün oder in dieser MINT-Farbe sehen wir dann die Stromproduktion der Windenergieanlagen onshore. In Terawattstunden in gelb die Photovoltaik. Stapeln heißt also, dass die beiden Höhen entsprechend aufeinander dividiert werden. Was man jetzt hier ganz gut sieht, ist, Photovoltaik und Wind ergänzen sich eigentlich ganz gut. Denn die Gesamtstromproduktion in einem Monat ist relativ konstant. Wir haben jetzt hier im Februar mal einen Ausreißer, weil wir sehr viel Windenergie im Februar 2022 hatten. Aber an sich eine sehr schöne Darstellung, um sehr schnell zu sehen, was man dort machen kann oder interpretieren kann. Ein paar Anmerkungen noch zum Diagramm. Also man sieht jetzt hier, ich habe keinen Hintergrund, keine horizontalen oder vertikalen Linien. Ich habe jetzt hier auf der x-Achse, der horizontalen Achse, die Monate stehen. Auf der vertikalen Achse dann die Terawattstunden. Da gibt es jetzt ein paar allgemeine Regeln, die man beachten sollte, grundsätzlich bei Diagrammen. Also ein Punkt, der immer wieder kommt und in der Wissenschaft eigentlich auch genutzt wird, wenn man jetzt nicht gerade populärwissenschaftliche Diagramme erzeugen will, die eine Art Story erzählen, sondern wirklich sich auf die Fakten konzentrieren möchte, das sogenannte Data-to-Ink-Ratio, also das Verhältnis von Daten zur Tinte, in der Wissenschaft zum Thema Visualisierung von Daten etabliert von Tufte, der gesagt hat, also man sollte dieses Data-to-Ink-Ratio optimieren, also unnötige Angaben vermeiden. Das darf man jetzt nicht zu streng sehen, sonst würde man hier ein sehr puristisches Diagramm erzeugen, aber man sollte trotzdem versuchen, also alle unnötigen horizontalen, vertikalen Linien entfernen, hier bei den Angaben der Terawattstunden, also jetzt hier nicht 25 Millionen Gigawattstunden oder sowas stehen haben, sondern wirklich die Zahlen so klein wie möglich haben, damit sie gut lesbar sind. Nachkommastellen von Medizin und nur eine 0,0 stehen würde, auch das alles weg, dass hier ganze Zahlen stehen. Die Legende auch kompakt halten, dass man da nicht noch was hat. Man kann jetzt hier noch überlegen, ob man hier noch Zahlen einfügt, so Datenangaben. Das ist immer die Frage, welche Informationen man transportieren möchte. Idealerweise aber eher weniger darstellen als mehr, um es nicht zu kompliziert zu halten. Bei einer Präsentation entsprechen, man hat nicht die Zeit, um komplexe Inhalte zu transportieren. Es kommt ein bisschen auf den Zusammenhang an, in welchem Rahmen man das Diagramm verwenden möchte oder muss. Aber primäres Ziel sollte sein, also ein sauberes, klares Diagramm, ohne Schnörkel, ohne Schnickschnack. Achsenbeschriftung, sauber, korrekt, vollständig, klare Farben. Auch das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Element im Rahmen von Präsentationen, dass man hier wiederkehrende Farbschemata verwendet, also gelb für Photovoltaik, hier dieses MINT für die Windenergie, dass man auch dort Assoziationen hat und das dann auch in einem gesamten Dokument der Thesis etc. immer wieder verwendet, dass die Onshore-Windenergie immer in diesem MINT ist und nicht mal MINT, mal grün, mal gelb ist. Das ist also, was das Storytelling angeht, was auch das Führen der Leserschaft angeht, ganz, ganz wichtig. Hier unten sehen wir dann das entsprechende Diagramm mit nebeneinandergelegten Säulen. Da sehen wir den typischen Verlauf, dass die Windenergie im Winter höhere Produktionswerte hat, im Sommer geringere. Der Februar, wie gesagt, sticht wieder raus mit den knapp 18 Terawattstunden. Dann haben wir auf der anderen Seite die Photovoltaikproduktion mit dem klassischen Glockenkurvenverlauf im Sommer hoch, im Winter niedrig. Im nächsten Diagramm habe ich dann den Diagrammtyp nochmal geändert, dass ich jetzt hier Prozente habe. Das heißt also hier, diese Angabe ist tatsächlich gar nicht richtig. Man sieht jetzt hier auch auf der rechten Seite, das sieht jetzt hier etwas anders aus in dieser Webversion, was die Formatierung angeht. Ähnlich sieht es auch aus in Excel, aber hier müsste eigentlich stehen, anteilige Stromproduktion. Das tragen wir hier mal ein und dann steht auch hier der richtige Begriff. Und was wir jetzt sehen ist, wir gehen immer von 100% Stromproduktion aus und sieht dann einfach, wie die Anteile sind in den Wintermonaten, überwiegend Windenergie. Und dann ab April, Mai haben wir dann ungefähr 50-50 das höheren Anteil in den Sommermonaten. Und dann geht das halt im September, Oktober wieder zurück mit der Photovoltaik und die Windenergie gewinnt einen höheren Anteil. Letztes Diagramm hier auf der rechten Seite, auch das sieht man häufiger, das ist dann so ein dreidimensionales Diagramm. Das sollte man nicht nehmen, das habe ich einfach nur mal mitgebracht oder mir eingebaut, um zu zeigen, wie man das nicht machen sollte. Das hat einfach den Grund, durch diese dreidimensional Darstellung, die vielleicht erstmal mit diesem Klötzchen ganz hübsch aussehen soll. Man hat den Nachteil, durch diese perspektivische Verzerrung ist nicht ganz klar, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Wert? Ist der hier noch knapp unterhalb der 14, oberhalb der 14? Wir sehen das ja hier, der ist fast genau auf der 14 und im Februar sind wir hier bei der 20. Man kann das hier, geht sogar noch einigermaßen, dass man es hier ganz gut ablesen kann, wenn man jetzt so unterschiedliche Säulen hat, kann es durch die perspektivische Verzerrung, durch diese Fläche, die wir hier unten haben, dazu kommen, dass man die Werte nicht richtig ablesen kann, die Werte dann entsprechend unterschätzt, weil die Achsenskalierung nicht passt. Also darauf achten, keine dreidimensionalen Diagramme vorwenden. Das wirkt vielleicht im ersten Moment ganz hübsch, lenkt aber von den wirklichen Daten ab, weil man sie nicht ablesen kann. Sowas bitte nicht machen, immer Daten zweidimensional darstellen. Wenn wir zweidimensionale Daten haben, wir haben einmal die Kategorienachse und die Werteachse nach oben vertikal, das ist, denke ich, ganz wichtig. Gehen wir zum nächsten Diagrammtyp über, zu den Linien. Die sind in Excel, da muss man, wie gesagt, aufpassen, im Grunde genommen Säulendiagramme, wo die Spitzen einfach nur mit Linien verbunden werden. Also hier gleiches Prinzip, wir haben hier überlagerte Linien, das heißt, hier werden dann auch die Linien übereinander dargestellt, wie wir das hier bei den Balken auch schon gesehen haben. Man nimmt aber die Spitzen, verbindet die. Man kann jetzt hier unten theoretisch, da habe ich jetzt hier noch so Punkte eingefügt, das habe ich jetzt noch ergänzt. Die können wir jetzt auch hier, wie hier oben, auch noch Punkte einfügen, das ist immer eine Frage des Geschmacks. Man muss jetzt hier bei diesem Liniendiagramm wirklich aber darauf achten, dass es kein echtes XY-Diagramm ist wie aus der Mathematik. Das heißt also, hier ist natürlich ein equidistanter Abstand zwischen den einzelnen Monaten, also immer jeder Monat dargestellt. Wenn wir jetzt aber keine Daten für den Juli hätten, würde jetzt hier nicht Juni, nichts August stehen, sondern dann würden diese Daten einfach weiterlaufen. Excel ist bei der Darstellung dieser Linien, aber auch bei den Balken oder Säulendiagrammen, egal was in den Kategorien steht. Hier könnte auch Apfel, Birnen und Bananen stehen, das wäre Excel egal in der Darstellung. Er zeigt einfach das, was hier untereinander steht, zeigt er einfach an, egal was da steht. Und das ist natürlich, das muss man beachten, insbesondere wenn man Zeitreihen hat und es dann vielleicht fehlende Daten gibt, die werden alle equidistant dargestellt. Das ist also eine Gefahr. Deswegen aufpassen. Liniendiagramm ist eine andere Darstellung dieser Balken- oder Säulendiagramme. Hier haben wir nochmal das Beispiel der übereinander gestapelten Flächendiagramme, also auch da nochmal übereinander gelegt. Die Windenergie in Mint und die Photovoltaik in Gelb, gleiches Prinzip, wie wir das auch schon bei den Balken übereinander gelagert haben. Eine andere Art der Darstellung, die kann jetzt besser sein, sinnvoller sein, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Was wir jetzt hier noch sehen, ist, man könnte jetzt hier noch überlegen, diese Achsen-Skalierung hier bei der 20. Wir sehen ja hier im Februar haben wir ja, produzieren wir ja 19,9 Terawattstunden. Da können wir sagen, ja gut, muss die Achse bis 20 laufen. Also auch da, das muss man ein bisschen auch sich wirklich angucken. Wie sieht das aus? Sieht das besser aus, wenn das hier bis 25 geht? Wir können das hier immer einmal verändern, indem wir hier auf das Format klicken und dann sagen hier, das Maximum der Achse liegt bei 20. Also das muss man immer anpassen an den Kontext. Das ist ganz wichtig. Wir machen das mal, dann kriegen wir natürlich eine andere Skalierung. Excel passt es automatisch an. Auch da muss man aufpassen. Da macht Excel automatisch manchmal komische Sachen, dass da teilweise plötzlich negative Werte auftauchen, weil er mal versucht, hier bei den Haupt- und Teilstrichen angepasste Abstände zu machen. Hier sehen wir jetzt, Hauptstriche sind 2 und die Teilstriche sind 0,4. Wenn wir dann mal 0,5 machen, haben wir 16 und dann immer in Fünfer-Schritten 16,5, 17, 17,5 und 18 Terawattstunden. Also das Diagramm sieht auch noch ganz gut aus. Manchmal will man ein bisschen Puffer haben. Das ist, wie gesagt, immer kontextabhängig. Das muss man tatsächlich auch sehen, damit man weiß, was an der Stelle passiert. Wir haben ein Kreisdiagramm. Da sind jetzt etwas andere Daten. Ich habe jetzt hier die Jahressummen hergenommen aller Energieerzeugungssysteme, die wir in Deutschland haben für 2022, aus unserer Datei von der Webseite der Bundesnetzagentur. Und was man jetzt hier sieht ist, ich habe jetzt gesagt, bitte nimm diese Daten und stelle sie als Kreisdiagramm dar. Dann werden halt die Anteile berechnet, die relativen Anteile. Ich habe jetzt hier auch noch eine ergänzende Beschriftung hinzugefügt. Das heißt, man sieht jetzt hier immer, was ist es für einen Energieträger. Hier das Orangen ist das Wind Offshore. Ich habe die Farben hier nicht groß angepasst. Wir sehen hier 24,7. Da fehlt nur einer. Das sollte idealerweise Terawattstunden sein. Das ist eine Sache, das gucken wir uns nochmal gesondert an, wie man jetzt hier auch noch Dinge ergänzt. Das kann diese Webversion hier nicht. Also ich kann jetzt hier nicht formatieren und diese 24,7 noch mit einer Einheit versehen. Das ist hier in der Webversion etwas eingeschränkt. Und als dritten Wert habe ich hier nochmal die prozentuale Verteilung oder die Anteile dargestellt ohne Nachkommastelle. Da können wir sagen, ja gut, eine Nachkommastelle sollte man haben. Das lässt sich dann hier entsprechend alles einstellen. Hier sehen wir das bei der Datenbeschriftung, was ich hier ausgewählt habe, Rubriken Name, Wert und der Prozentwert. Man kann hier noch die Führungslinien sagen, ob man die haben möchte oder nicht. Aber das ist nicht ganz so flexibel. Man sieht auch jetzt hier in der Webversion, die Möglichkeiten sehen anders aus als in der Excel-Programmversion. Das geht in Excel in der Programmversion deutlich flexibler. Deswegen haben wir auch hier diese überlagerten Felder. Das lässt sich hier tatsächlich gar nicht richtig verschieben. Ich verschiebe immer das ganze Diagramm. Das ist halt die Einschränkung noch. Und da sagt Microsoft auch, dass die Webversion nicht ganz so flexibel ist. Aber an sich sehen wir jetzt hier direkt die Anteile. Was hat jetzt 2022 war? Die Wind onshore sehr stark gemeinsam mit der Braunkohle. Wir haben hier immer noch ein bisschen Kernenergie. Photovoltaik mit 11 Prozent dabei. Und man sieht jetzt hier in Summe haben wir tatsächlich fast 50 Prozent, also nicht ganz 50 Prozent, sondern 48 Prozent Anteil Erneuerbare am Strommix in Deutschland gehabt. Also ein ganz guter Weg für 2023 und 2024 erwarten wir natürlich deutlich mehr, weil hier die Kernkraft natürlich dann auch noch wegfallen wird. Eine Entwicklung, die man sich natürlich angucken kann und entsprechend analysieren kann. Also von daher dieses Kreisdiagramm ganz nützlich. Man muss ein kleines bisschen aufpassen, weil Flächen immer ein etwas verzerrtes Bild geben. Also vor allem jetzt um Kreisen oder was geht es um den Radius, geht es um die Fläche. Dadurch, dass ja die Fläche mit dem Quadrat des Radius wächst, kann man hier auch ein etwas verzerrtes statistisches Bild erzeugen. Also da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Immer die Frage, was möchte ich mit dem Bild an Informationen vermitteln? Letztes Diagramm, was ich jetzt, oder vorletztes Diagramm, was ich hier noch zeigen möchte, ist jetzt hier so ein klassisches XY-Diagramm. Was man jetzt hier sieht, sind die installierten Leistungen der Photovoltaik von 2002 bis 2023. Also hier jetzt ein wirklich XY-Diagramm, das auf der X-Achse sind die Jahre dargestellt und auf der Y-Achse sind die entsprechenden installierten Leistungen der Photovoltaik dargestellt. Ich habe jetzt hier mit Punkten und Linien gearbeitet, damit man hier diesen Verlauf sehen kann, mit diesem starken Zuwachs. Das ist, wie gesagt, die kumulierte Leistung. Das ist jetzt nicht, was jedes Jahr installiert worden ist, sondern die kumulierte installierte Leistung, die Gesamtsumme. Da sehen wir halt hier diesen starken Zuwachs 2009, 10 und 11 mit rund 7 bis 8 Gigawatt. Dann das Abflachen nach dem Ende der ersten Boomphase der Photovoltaik. Und jetzt, ja, 2019, 2020 ging es dann los, dass wir nochmal einen massiven Zubau bekommen haben, der Photovoltaik. Was man jetzt hier noch mit machen kann, ist, das ist dann vor allem für solche XY-Diagramme ganz nützlich. Ich möchte auch hier nochmal einmal das Formatfeld aufmachen, dass man hier noch solche Trendlinien ergänzt. Das heißt, jetzt sehen wir hier in grün gepunktet. Die machen wir direkt mal ein bisschen dicker. Die Farbe noch verändern. Wir können hier noch Formel und Werte ergänzen. Also quasi die Formel, das ist jetzt hier eine lineare Approximation unserer gelben Kurve. Das ist ganz interessant, wenn wir jetzt sagen, wie ist denn wohl die Entwicklung der Photovoltaik-Leistung in Deutschland in den nächsten Jahren. Das können wir dann noch weiter vorantreiben über diese Trendlinien. Das ist, wie gesagt, jetzt linear. Das ist natürlich nur bedingt sinnvoll. Man kann hier den Trendtyp nochmal ändern, dass man sagt, ich möchte mal gucken, wie sieht es denn exponentiell aus. Da war dieses exponentielle Wachstum entsprechend auch wieder hier mit der Formel dazu. Das passt hier unten ganz gut, aber dann haben wir doch eine starke Abweichung. Man kann auch hier, auch das ist, denke ich, noch ganz wichtig, das Bestimmtheitsmaß, das R² angeben. Also wie gut decken sich die Daten. Das passt hier. Das sieht man auch optisch schon sehr gut. Das ist kein exponentieller Verlauf. Dann haben wir so verschiedene Daten logarithmisch, den gleitenden Durchschnitt. Polynomisch, das ist vielleicht noch ganz interessant. Das heißt, ich kann hier ein Polynom definieren. Das ist jetzt hier ein Polynom zweiten Grad. Das heißt, auch da wieder mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate, wie man das aus der Mathematik kennt, versucht Excel jetzt diesen Verlauf unserer gelben Datenpunkte zu approximieren mit einer quadratischen Funktion. Jetzt können wir hier sagen, vielleicht geht es ja mit dem sechsten Grad. Da ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist so ein Polynom sechsten Grades. Excel macht ja dann erstmal nur mathematisch. Da sieht man, das passt schon relativ gut. So eine Funktion sechsten Grades, aber die jetzt so darzustellen, naja. Also das ist schon grenzwertig von der Anwendung, weil dann durch dieser Verlauf nicht wirklich polynomisch ist. Man würde eigentlich eher, man sieht es zumindest weltweit, eher ein exponentielles Wachstum sehen. Wir haben in Deutschland die Besonderheit zwischen 2010 und 2015 diese Delle produziert zu haben, die sich nicht gut exponentiell darstellen lässt. Hier wieder bei dem Polynomischen muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht einfach eine große Zahl beim Grad einträgt und dann darüber der sechste Grad ist dann auch der höchste, den Excel approximieren kann. Das ist, naja, also nicht zielführt nach dem Motto, hoher Polynomischer Grad. Ich kann jede Kurve, kann ich natürlich mit einem Polynomenden Grades fitten oder mit Sinus-Cosinus-Funktion aus der Fourier-Analyse. Das ist mathematisch evident, braucht an dieser Stelle aber, glaube ich, muss es angemessen sein und darauf sollte man entsprechend achten, wenn man solche Approximationen an solche Kurven macht. Excel bietet es direkt in diesem XY-Diagramm solche Trendlinien zu ergänzen. Das letzte Diagramm, das habe ich jetzt hier nur als Punktediagramm nochmal dargestellt. Das ist leider Gottes auch etwas verpixelt in dieser Web-Version. Was habe ich hier gemacht? Ich habe jetzt hier als XY-Diagramm die Onshore-Windproduktion gegenüber der Photovoltaikproduktion in einem Jahr dargestellt. Also auf der X-Achse haben wir die Onshore-Windproduktion, auf der Y-Achse dann die Leistung oder die Energieerzeugung durch die Photovoltaikanlagen in Deutschland in jeder Stunde. In der Original-Datei, die man über den Link sich in der Videobeschreibung herunterladen kann, ist das Bild dann kein Bild, sondern wirklich das Diagramm. Die Web-Version schafft das nicht, das sind zu viele Punkte in der Darstellung. Da kommt die Web-Version nicht mit zurecht. Und was ich noch gemacht habe, ich habe die ganzen Nullwerte hier rausgestrichen, also sortiert nach der gesamten Leistung Photovoltaik und Wind, habe ich hier diese Daten, kann man sich auch nochmal angucken, habe ich entnommen aus unserer Rohdatentabelle. Und dann, das kann man vielleicht nochmal nachbauen, überlegen, wie kriege ich dann mit entsprechenden Bedingungen diese Nullstellen ganz rausgelöscht, damit mir halt nicht überall diese vielen Daten dargestellt werden. Was man jetzt hier sieht, ist also, dass Photovoltaik und Wind sich eigentlich ganz gut ergänzen. Das haben wir ja vorhin schon gesehen, aber auf Stundenbasis auch. Was man jetzt noch machen könnte, ist, dass man hier nochmal solche 45 Grad oder 90 Grad gedrehten Winkelhalbierenden ergänzt. Also hier mal diese 10 Gigawatt, so eine 20 Gigawatt Linie hier durchzieht, um einfach darzustellen, also wo liegen wir denn da in Deutschland mit der Produktion. Aber wir sehen halt hier unten halt viele Nullwerte oder nahebar Nullwerte, das sind natürlich dann diese Nachtstunden, die wir da haben. Bei der Windenergie haben wir das weniger und tatsächlich ergänzen sich Photovoltaik und Wind ganz gut. Also auch solche Korrelationsanalysen funktionieren ganz gut. Wir werden uns in einem späteren Video auch nochmal das Thema Korrelation angucken, wie Excel dort diese Korrelation analysieren kann und wie gut Werte miteinander korrelieren. Auch hier können wir so eine Trendlinie hinzufügen. Das ist natürlich dann für eine weiterführende Datenanalyse immer ganz interessant. Das zum ersten Einstieg in die Diagramme oder erstmal den Nutzen von Diagrammen mit den grundlegenden Balkenlinien, Kreisdiagrammen und dann den XY-Diagrammen. In dem Folgevideo gucken wir uns dann nochmal die Boxplots an, also eine weiterführende Analyse von Daten und das ganze Thema Heatmap, also wie kann man solche Heatmaps in Excel erzeugen, da gibt es nämlich einen anderen Weg. Da gibt es so direkt erstmal kein fertiges Diagramm, was auch in allen Excel-Versionen funktioniert. Das wie gesagt dann im nächsten Video.